Boah, hessisch, Begrüßung. Kommt drauf an, musst du Frankfurter gucken oder das andere? Frankfurter sind wir da anders. Hessisch. Guten Tag, wie geht es dir? Eigude. Ah ja, Eigude, genau. Eigude, okay, bist du ready? Ja. Eigude. 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 Und damit schon fünf Sprachfehler in diesen zwei Worte drin. Ein herzerfrischendes Eigude. Und herzlich willkommen. Zu Raft. Eigude. Eigude. Ja, Schneefiast, wir sind ready jetzt. Können ablegen. Willst du dich jetzt ausziehen? Bitte legen Sie, bitte machen Sie mal bitte hier den Oberkörper frei. Kokosnuss-Hähnchen, Goro. Hähnchen, ein Mushroom und Kokosnuss. Wir haben nur so wenig Hähnchen, weil wir nie Möwen haben. Aber jetzt kommen ja jetzt mehr Hähnchen. Oh, weißt du, was ich die Folge mache? Das Nest wieder aufleben lassen. Oh. Wie viele Hähnchen brauchen wir denn? Zwei Hähnchen. Das ist sehr schlecht. Ein Pilz und eine Kokosnuss. Geht's aufs Dach und packt das, den Vogel hier drauf. Das müsste doch gut sein, ne? Ich hab jetzt einfach aufs Dach ein Möwennest gepackt. Ja. Oh, fehlt denn hier ein Brett? Egal. Ich hab so viel Kram hier. Oh, und direkt eine Möwe gelandet. Nice job. So, kill sie. Mit einem Pfeil ist die One-Hit, ne, ne? Ne. Wo ist die denn? Oben auf dem Dach. Du kannst von den Öfen aufs Dach springen. Links. Genau da. Da oben. Mach ich's Niki-Piki. Hast du die so getötet? Ha! Ja, mit dem Bogen vielleicht. Das war Wunschdenken. Bisschen. Wo kommt Glas rein? Rechts, wo Sand auch drin ist. Okay. Ich hab drei Schilder bei mir in der Kiste. Ich hab doch welche gebaut. Ja. Was geht denn jetzt gerade hier mit den Motoren? Der Anker ist noch da. Bin verwirrt. Federn. Das ist kein gutes Zeichen hier für das. Immer. Das ist der Raucher-Husten. Wo fahren wir denn eigentlich hin jetzt? Ich dachte zur richtigen Insel. Okay. Ich hab eventuell den Anker gemacht. Das passiert manchmal, wenn man so an den Motoren rumfummelt. Ja. Das ist jetzt unangenehm. Ich wollte die Motoren halt gerade stellen. Hast du jetzt wahrscheinlich schon gemacht, ne? Ja. Mhm. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Oh, man über Wort. Ciao. Man kommt hier nirgendwo hoch. Boah, warte, die... Achso. Filz haben wir wahrscheinlich hier drin? Ja. Okay. Äh. Hä. 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 Hat er halt noch ein Hähnchen, ne? Let's chicken. Na, haben wir nicht, weil ich hab die alle gebraten. Ich vollidiot. Ja, aber der Gedanke mit dem... Mit der Möwe kann man auch zu spät. Haben wir Eier? Da denkst du doch nicht dran, du. Eier sind auch nicht schlecht. Machen die auch da oben, ne? Mhm. Über die Öfen sagst du kann man da hoch? Liegt da die nächste Möwe jetzt eigentlich? Nee. Das ist ärgerlich. Hab ich die verjagt? Glaubst du? Dauert das einen Moment, ja. Das tut mir leid. Tut mir leid. Wir können ja, warte mal. Äh. Sind wir noch auf Kurs? Ja. Na dann. Genau, wollte ich auch grad machen. Hab ich vergessen. Äh. Wo ist denn... Hi. Müsste jetzt eigentlich war er tot sein. Ach, der beißt immer in die gleiche Ecke. Immer hinten. Ja, immer da. Vielleicht aber verstärken. Aber ich dachte, wolltest du schon. War das doch zu viel Metall? Ich dachte. Sollen wir es kurz hinlegen? Ja. Ich hab Hunger. Äh, warum hab ich denn Hunger? Kommt das denn her? Das läuft auf jeden Fall. Oh, die ganzen vollen Batterien hier. Krass. Ja, wir haben jetzt eine Ladestation. Sind wir noch auf Kurs? Äh. Ja, ja. Blätter und Muscheln. Ah, dafür braucht man die Muscheln. Machst du noch ein Nest? Mhm. Brauchen wir ein Nest da. Boah, wir haben so viel Holz, Alter. Wohoo. Ja, wir haben gut gesammelt in den letzten Inseln. Das muss man... Wir können endlich mal arbeiten, Alter. Kann man ruhig immer so sagen, dass wir... ...bösch und Holz gesammelt haben. So, du versteigst das aktuell nicht, weil dann kann ich das mal. Nee, ich mach jetzt grad noch mehr Nester. Oh, da sitzt wieder eine Möwe. Okay, ich geh woanders hoch. Dann save ich auf jeden Fall hier mal den... ...den hier. Wir haben jetzt drei Möwenester auf dem Dach. Sooo. Es gibt jetzt nicht mehr so viele Sachen, wo der Hai angreifen kann. Dann bin ich gespannt, was der macht. Gar nichts wahrscheinlich. Also ganz hinten geht's noch, ne? Das ist halt so ein bisschen blöd. Wir haben nicht genug Eisen. Kommt mir nicht so. Äh. Achso, deswegen ist hier eine Lücke. Ist das Segel nicht ganz mittig? Ja. Warum? Achso, weil wir zwei Felder in der Mitte haben. Ja. Also können wir das nicht so bauen, dass wir das Dach zumachen? Nicht, weil das Segel da oben steht. Hab's geschafft. Aber allgemein, du kannst nicht über das Segel bauen. Ne, das nicht. Aber ich wollte da den Weg zumachen wenigstens. Achso. Ja, das geht. Sind wir noch auf Kurs? Ja, ja. Wie viele Meter noch? 900. Na dann jetzt mal volle Kraft voraus. Steiermann, Nefias. Haben wir noch Honig? Haben die Bienen, die Bienen wieder gekalbt? Boah, der Seegang war. Höh? So, darf ich hier nix hinbauen? Da kommt noch eine Random-Insel auf den Weg. Ja, die überspringen wir. Hä? Unser Dach ist auch ein länger... Was ist hier passiert? Auf der anderen Seite. Hä? Das ist da länger als hier. Ja, warum dann? Weiß ich nicht. Ich war das nicht. Weil hier ne Wand fehlt noch. Achso. Ich hab gerade keine Blätter dabei. Äh... Ich hab acht, was ich brauch. Äh, die. Dann eine Schräge. Wolltest du da anhalten? Ne. Aber ich war nicht mehr auf Kurs. Der Seegang hat... Hat uns ein bisschen gedreht. Jetzt muss ich hier schön zu machen. Ich verstehe nicht, warum ich hier kein Brett hin machen, ne? Da brauchst du so einen Stützpfeiler. Ach, meinst du? Ja. Und das ist ja dann hässlich. Ja. Das ist leider so wie funktioniert das Spiel. Pass los. Hey. Das sagt man nicht. Achso, ich hab keine Nägel, deswegen. Weißt, der bringt was? Musst du noch einen zweiten draufsetzen, ne? Kann man? Ne, ja, doch könnte ich, aber... Ja, muss ich glaube ich auch. Das ist so doof. Was war das? Ich hab nichts gemacht. Aber die Möwe hat geschrien. Vielleicht hat sie ein Ei gelegt. Aber jetzt kommst du dann nicht mehr hoch, weil du das hier zugemacht hast. Ja, dann müssen wir uns eine Leiter dahin bauen. Das war nicht fähig. Geht trotzdem, geht trotzdem nicht. Oha. Es baut sich langsam auf. Bei dir auch oder ist es schon geladen bei dir? Ja, 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 es baut sich schon auf. Es ist aber cool, dass die mehr, äh, mehr Sachen rausbringen in den ganzen Chaptern und nicht so sagen, wir haben noch eine Insel gemacht und noch eine Insel gemacht, sondern eher so zwei, drei Inseln. Weißt du? Weißt du? So, da haben wir bestimmt, bestimmt für drei, vier Folgen noch was. Ich finde das auch großartig, dass unser Schiff schon so viel besser geworden ist in dieser Season sozusagen. Bist du ein 2.0 ist schon besser? Gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser. Äh, gib dich noch 300 Meter weg. Hä, wie doof ist das denn? Ging das nicht mit dem Stützfeiler? Nee. Nee, es hat nicht funktioniert. Vielleicht ein Spitzdach? Da bist du ganz schnell hoch geflogen hier. Oh! Nee, wir werden tot, dann tot. Hala! Ich mach dann mal dieses Hähnchen-Kram, ne? Ja. Warte. Tust du hier in die Kiste, ist eine Beule. Es wird gekocht. Hast du gesehen, wie ich draufgesprintet bin und sie erschlagen? Das ging aber ganz schön schnell. Machete. Oh, wo docken wir? Ich glaube, wir müssen nach rechts. Wir docken, da ist so ein Türchen. Da kann man andocken. Ja. Ich denke auch. Bereit machen für den Anker? Okay. Okay. Noch nicht. Noch nicht. Bin so gespannt. Ich auch. Es wird eh erst nächste Folge geschehen. Achtung. Wir haben jetzt noch Vorbereitung und dann nächste Folge gehen wir da drauf. Genau. Drei. Zwei. Eins. Anker! Jetzt! 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 Los jetzt! Wir standen schon, bevor ich den geworfen habe, weil wir einfach in die Insel gefahren sind. Hui. Das wird ja spaßig. So. Pack die Badehose ein, Hefi. Ich habe ganz viel Zeug im Winter. Was braucht man denn? Für krasse Insel-Action sozusagen. Schaufeln, Essen, Wasser. Haben wir alles nicht. Obwohl ich weiß, dass Bäume kriegen wir da wahrscheinlich. Ähm. Ich glaube, schwimmen ist hier nicht viel. Schwimmen ist glaube ich nur bis da drin, dann sind wir fertig. Oh. Oh, Nick. So. Vielleicht gibt es da wieder diese Ratten. Ich habe noch eine halbe Machete. Vielleicht sollte ich mir noch ein Speer mitnehmen oder so. Ein Speer ist glaube ich nicht verkehrt. Brauchst du mal zwei? Ja. Danke. So. Schaufel habe ich noch. Ähm. Plastik hier rein. Federn da rein. Pfeile bauen müssen wir auch vielleicht. Weiß nicht. Weiß nicht, ob wir Pfeile brauchen da drin. Ich glaube nicht, dass da drin was fliegt. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Wo bist du? Oben. Kriegst du gleich deinen Speer mit. Äh. Hier. Schickst du? Oh. Oh. Danke. Äh. Bogen dahin. Speer dahin. Musst du auch erstmal was trinken. Bis dahin. So. Twinkie Twinkie machen. Sehr gut. Ich habe auch getränkt. Trinkie. Wasser Wasser aufbüllen. So. Und dann äh. Brauche ich natürlich auch noch was zu fooden. Haben wir noch Sachen zum Braten. Die wird nicht mehr brauchen. Fisch haben wir noch. Buntbarsche. Und rohes Fleisch. Brauchen wir das Filmat? Wahrscheinlich nicht, ne? Vielleicht können wir, glaube ich, Braten. Plastik. Jetzt hatte ich noch Federn. Die sind hier. Äh. Das ist natürlich unnötig jetzt, ne? Dass ich da drei Kartoffeln drauf gemacht habe. Drei Kartoffeln packt er da drauf. Hier, Nephi. Hier ist deins. Ja. Oh, da war sogar für zwei drin. Krass. Oh, dann lohnt sich das ja richtig. Dann lohnt sich das richtig. Der Mann genug Möwen killt. sagst du gerade. Na ja, aber die kommen ja immer wieder. Ja, dann lohnt sich das wirklich. Krass, krass, krass. Krass, krass, krass. Krass, krass. Wahrscheinlich ist das Zukunftsmusik Leute, ich muss meine Stimme schonen In diesem Sinne würde ich sagen, wir sind ready für die nächste Folge, oder? Ja, ja, ja Grundsätzlich denke ich, wir sind ready hierfür Also, in diesem Sinne, bis dahin Haut rein Ciao